so hallo wir machen weiter bei jam 2 ich weiß leider nicht wo wir letztes mal gewesen sind ich werde es aber rausfinden indem ich einfach auf diese taste hier drücke ach ja wir machen einen teleport und der teleport kommt von moderat so mir gefällt nicht dass ich l und er sehe ok aber wenn ich gleichzeitig scrollt es auch noch das war übrigens nicht die richtige taste ich konnte ich jetzt nicht jetzt die taste so von wirklich kann die taste auch noch drücken gleichzeitig das wird wieder interessant wie soll ich hier eigentlich ach so war und ich muss halt die taste drücken und die und die geht das kann ich so viele tasten auf die tastatur hier drücken ja scheinbar ok ok wenn ich das so steuern kann ist das ja in ordnung ja so kann ich das steuern das ist gut das ist gut ok ok da gott das wow 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 what ach so der ist der spawnt mich ein bisschen weiter unten ich verstehe Das heißt, wir wollen da rein. Und dann hier weiter. Okay. Okay, und hier der gleiche Spaß. Und wenn ich jetzt aber in die Wand gehe, bin ich tot, ne? Ja. Ah, verstanden. Ich will aber eigentlich, würde ich gerne die Feder behalten. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier relativ bald ein Check! Ah, verstanden. Ja, das ist natürlich kein Checkpoint in dem Sinne. Ja, okay, man stirbt auf jeden Fall. Man kann es nicht verhindern. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich dieses Ziel glitchen kann. Das ist natürlich dumm, was hier zu machen. Aber Kann ich? Nein, hier löse ich den noch nicht aus. Da löse ich den noch nicht aus. Ah, schade. So stirbt man halt sofort, ne? Das Ich kann es nicht verhindern. Ich sterbe auf jeden Fall. Also ich muss Ich kann das Ziel nicht auslösen. Okay, gut. Aber den Midwaypoint. Ah, das ist dann die andere Seite. Okay. Verstanden. Yo. Okay, da brauche ich jetzt gleich wieder diese Tasten. Und wenn die... Ah, ich habe auf die Leertaste gedrückt und ich auf die... Dings-Taste. Moment. Oh, wait. Ich muss schneller sein. Ich hätte fliegen... Okay, das weiß man aber ja auch jetzt wieder erst nachher. Das hätte nicht gereicht. Okay, nochmal von da. Man kann sich auch noch porten, wenn man gerade stirbt. Auch interessant. Ah, kann ich vielleicht? Ich muss da oben ein Ding setzen. So, dann ist es einfacher. Ah, man kann das zu raus zögern. Das ist witzig. Das ist nicht witzig. Wow, okay. Das war nicht, was ich wollte. So. Oh mein Gott. Das muss genau an der Stelle passieren, ja? Und dann... Ja, aber was dann? Ich muss fliegen. Okay, jetzt hat die Taste nicht funktioniert. Ja, dann kann ich die... Dann kann ich L und R nicht drücken, wenn ich... Also... Die Taste auf der... Oh Gott, wie mache ich das denn jetzt? Ich muss kurz loslassen, sonst kann ich da nicht hoch. Ja, ich kann nicht. Ich kann, ich kann, ich kann die Taste nicht. Scheiße. Okay, ich muss einen anderen Weg... Kann ich vielleicht kurz loslassen? Das war die falsche. Kann ich das vielleicht kurz loslassen und dann mich hochporten? Leicht das aus von der Zeit her? Hä, es geht gar nicht... Hä? Wenn ich V drücke, kann ich nicht B drücken. Doch. Jetzt schon. Oh mein Gott. Muss ich so ausprobieren. Jetzt hat es dich wieder... So muss ich es machen. Okay, kriege ich das hin. Aber muss ich dann nicht... Ich muss gleichzeitig aber noch höher kommen. Es reicht ja nicht. Ja, okay. Und das noch ein bisschen schneller. Und dann bis darüber. Oh, ich hoffe, dass... Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut umzusetzen ist mit Tastatur. Das war zu langsam. Oh Gott. Jetzt ist er nicht hoch. Oh, meine Nerven. Jetzt geht er nicht... Ja, 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 okay. Fast. Und wenn ich da drüben bin, kann ich das sowieso wieder... Na, dann ist ja egal. Ich muss erst mal da rüberkommen. Okay. Okay, ich denke, wir kriegen das Timing hin gleich. Ja, fast. Jetzt habe ich nicht die Taste erwischt. Das war zu bald. Das war nicht zu bald. Yes! Und jetzt kann ich ja einfach den hier wieder machen. Oh, meine Güte. So, und jetzt muss ich... Aber irgendwie... Muss ich mich treffen lassen, weil ich sonst keinen Block hier nehmen kann? Ah, ich kann den Block auch so nehmen. Wait, what? Ach so. Hä, nee. Oh, verstanden. Das ist ja auch interessant jetzt. Jetzt muss ich... Oh, nein. Nein, 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 nein. Jetzt muss ich... Ähm... Oh Gott, ich muss die ganze Zeit die Taste drücken. Jetzt muss ich da unten rennen. Und wenn ich im Rennmodus bin, mich hochporten. Okay, let's go. Nein, ich... Ah. Da will ich hin. Ja, willst du... Die Taste habe ich gar nicht gedrückt jetzt. Oh, mein Gott, was mache ich? So. Okay, wir lassen die Taste hier gedrückt. Und müssen dann jetzt nur rennen. Und jetzt hoch. Oh, mein Gott. Good goodness. Okay, so. Ähm. Okay. Ach so, da muss ich mich jetzt wieder runterschmeißen. Klar. Muss ich da immer noch rennen? Ich muss auf jeden Fall die Feder behalten. Okay, nein, ich muss nicht rennen. Oh, Himmel, was ist das denn? Ich muss nicht rennen. Ah ja. Oh. Das hat mich hingehauen. Aber ich immer auch auf dem jetzt drauflande gleichzeitig. Das ist kein gutes Timing. Also auf dem ersten kriege ich keinen Hit, glaube ich. So aber auch nicht. Ich muss dem erstmal ausweichen wahrscheinlich. Der Hit ist zu bald. Ja. Nice. Das war's. Ach so! Oh, ich kann ihn doch schon treffen. Ja, easy. Oh, der hat mehr als die Hits, die er normalerweise hat. Ah, das war dumm. Bei drei Hits hätte ich gesagt, okay, machen wir ohne Rewind. Ah, okay, es sind vier Hits. Ach, Mist. Ach, jetzt habe ich die... Nehmen wir diese Tastengeschichten hier, na? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin in ihn reingeportet. Ich dachte, ich dachte, es reicht aus. Ich dachte, die Zeit reicht aus. Dann geht halt nochmal hier rüber. So. Oh mein Gott. Die Idee war wieder sehr cool, aber durch das man es mit Tastatur jetzt spielen musste, beziehungsweise ich jetzt versucht habe, mit Tastatur zu spielen... Ja, aber es war machbar. Vielleicht kriegen wir auf die Art und Weise auch noch das Wasserlevel her. Ich muss mal gucken. Nein, ich hatte nicht a lot of fun. Aber Mario wahrscheinlich. So. War das eigentlich... Das hat kein Exit, ne? Ja, ein, zwei, okay. Uff. Von Mäusen und Hämmern. Von Catbath. Catbath. Ich... Ich hab grad... Ich hab grad intuitiv die gleiche Fingerhaltung angenommen wie gerade eben. Ich muss ja gar nicht mehr so kompliziert die Tastatur zu halten. Ich kann ja ganz normal wieder spielen. Hurra. Ich kann ganz normal wieder spielen. Ja, was ist hier los? Okay. Finde ich dumm, dass ich den hab. Oh mein Gott, dass ich den hab. Wow. Also ich spiele gleich nochmal. Bin ja gerade richtig schlecht. Aber hier scheint es um Hämmer zu gehen. Tatsächlich. Wer hätte das bei dem Titel erwartet? Finde nur noch die Mäuse. So, das würde mich aber interessieren... Sind da überall nur Blumen drin oder ist da auch eine Feder? Okay, ist überall Blumen drin. Ist das meine... Ist da... Ist da... Okay. Okay. Ich nehm das so hin. Das ist einfach passiert. Wir kriegen das auch ohne Power-Pin. Wow. Ich mein, es ist... Ach, ich bin so blöd. Es ist an der Stelle ein ganz normales Level. Also das möchte ich jetzt mal ohne Tricksereien spielen. Das wirkt bisher machbar. Das ist kein so Kaiser-Shit. Und jetzt hat sich die Sache sowieso erledigt. Warum konnte ich die jetzt nicht treffen? Ich muss die Münze einsammeln, dass er... Das ist ja nicht wieder... Und dann holen wir uns noch keine zweite Blume. Wer braucht schon zweite Blumen? Huch. Hä, was war es die zweite Münze? Wo kam die jetzt her? Normalerweise gibt es doch nur... ...auf das eine Viech hat eine Münze. Oder war... Das sind zwei drauf, oder was? Und ich kann auch nichts essen, egal. Ist ja wurscht. Jedenfalls, wenn man hier eine Blume hat... ...ist alles... ...dann ist die Welt schön. Ich treffe nicht. Ja, das war klar. Yo! Okay. Ist hier auch nur eine Blume drin? Ja. Hätte ja sein können, dass sie tricksen. Und da ist der Fehler. So, weil... Ist halt so. Wir haben alle Blumen noch. Wir haben alle Blumen noch. Das ist doch schon mal was. Nice. Nice. Hier habt ihr mich vorhin weggezündet. Na, ja, ja. Diesmal nicht. Und den kenne ich jetzt auch. Oha! Ach, der wirft jetzt von da unten. Ja, hab... Habt Spaß. Nö! Nö! Okay. Den müsste ich wegkriegen, jawohl. Nice. So. Sag doch, das Level ist machbar. Ist egal, wir kriegen uns eine Blume wieder. Was ist mit dem Pilz gewesen? Was war mit dem Pilz jetzt? Okay, ohne Blume will ich den Abschnitt aber auch nicht spielen. Weg mit... Nein! Eine hab ich noch. Oha, das sieht gefährlich aus. Jetzt kommt die auf allen Schienen wahrscheinlich angeschossen. Aber das kriegen wir hin. Ja, das war... Wow! Das... Der zweite Abschnitt war ja super einfach. Oh. Moment. Das... 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 Äh... War nicht richtig. Ich kann da unten entlang laufen. Okay, ich kann da unten entlang laufen. Das habe ich nicht gewusst. Hä, was? Ich drück die... Hä? Ich kann nicht mehr... Hä? Ach so. Ich habe die falschen... Ich habe die falschen... Entschuldigung. Ich habe die falschen Tasten gedrückt. Also hier kann ich entlang laufen. Okay, es geht also... Wait, das ist immer noch nicht richtig, ne? Au. Okay, so? Ja. Nein, ich bin nicht da hoch. Bin ich da hoch. Ich will nicht da hoch. Ich habe doch gerade den Sprung hingekriegt. Wie habe ich denn das gemacht? Ach so, wahrscheinlich... Wahrscheinlich ohne den Block. Ja, ohne den Block. Okay, verstanden. So, du machst einen Abflug. Jetzt kann ich aber nichts anderes. Jetzt muss ich hier durch. Okay, ich wollte schon sagen. Das kann jetzt nicht sein. Gut. Ja, der zweite Abstand war trotzdem einfach. Wonky Bridge gibt es dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Die ist übrigens von... Okay, wer ist Him? Wir gucken noch kurz, wer Him ist. Wir gucken noch kurz, wer Him ist. Mit Nachnamen wahrscheinlich wäre. Him ist... Louis. Louis hat das hier gebaut. Beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.